Hallo, hier ist wieder Julia von FotoPlanet und heute steht Frithjof von New Media neben mir. Was hast du uns Schönes mitgebracht? Hallo, schönen guten Tag erstmal. Schönen Dank, dass ich hier von dir oder für dich ein paar Sachen erzählen kann. Ich habe hier eine ganz kleine Livestreaming-Kamera mitgebracht. Die hat einen Sony 4K-Sensor, innen drin 150 Grad Bildwinkel, kann ich mit 4K aufzeichnen auf die interne Karte. 16 GB wird mitgeliefert, hält eine Stunde Power mit einem Booster zusammen, komme ich zusammen, auf 10 Stunden. Habe so Power und kann hier streamen über ein iPad oder iPhone oder demnächst auch Android gesteuert, kann ich Aufnahmen machen, die ich hochstream auf 1080p30 in HD-Qualität. Super und ich muss sagen, passen jede Handtasche, ist leicht. Ist leicht und ich habe ein Fernsehstudio, das kann ich mir automatisch zeigen, kann hier einstellen, wie viele Leute ich zur gleichen Zeit filme, ich kann sagen, automatische Gesichtsverfolgung, Live-Follow. Und in dem Moment, wenn ich jetzt eine Person anklicke, kann ich zoomen, verschiedene Bereiche reingehen, Interview-Situationen, kann es auf Facebook, Livestream, Vimeo, Twitter, YouTube, überall hochstream. Also vor allem für alle, die viel mit Social Media zu tun haben, super. Genau, gut aufgefahren. Super. Wäre aber auch nichts passiert. Also auch, wer gerne mal Sachen fallen lässt, hier sind sie richtig. Genau. Dankeschön. Ja, gerne. Dankeschön. Vielen Dank.